Hi zusammen, LuckyFahrerhof, 2€. Wir legen direkt los. Wir starten direkt mit einem Power Spin. Vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft uns wirklich sehr weiter und kostet ja auch nichts. Von daher bitte denkt dran, direkt am Anfang, oha, nicht schlecht. Um genau solche Gewinne nämlich nicht zu verpassen. 17 Power Spins. Das geht doch mal gut los. Nicht schlecht. Es geht gut weiter. Das sagt man ja auch nicht so häufig, dass es gut losgeht und gut weitergeht. 1 2 3 4 5 5 Okay, 18 Power Spins. Okay, 18 Power Spins. Jetzt könnte noch mal ein bisschen was kommen, bitte. Das wäre doch ganz gut. Schade, dass die Diamanten da auseinander stehen. So, 18 Power Spins. Okay, weiter geht's. Nicht schlecht. Schade, es geht echt gut weiter, das hat man selten. Schade, es geht gut. 20 Power Spins. Richtig gut. Schade, es geht gut. Schade, es geht gut. Schade, es geht gut. Schade, es geht gut. Sehr schön. Okay, da sind auch Kristalle dabei. 34 Power Spins. Sehr gut. Es geht echt richtig gut weiter. 35 Power Spins. Sehr gut. 25 Power Spins haben wir noch. Da ist noch ordentlich Zeit um noch ein bisschen Geld zu sammeln. 25 Power Spins. 250 Power Spins haben wir schon mal geknackt. 25 Power Spins haben wir schon mal geknackt. 25 Power Spins haben wir schon mal geknackt. 25 Power Spins haben wir schon mal geknackt. Zwei Power Spins nur noch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.